Ja, never change a winning team. Das ist ein alter Spruch, der im Fußball besonders häufig gilt. Und er gilt in dem Fall auch für uns. Wir haben zum zweiten Mal in Folge einen Tipp auf Racing Strasbourg in der französischen Ligue 1. Am Samstag empfangen sie zu Hause SC O'Angers. Und ja, in dem Spiel spricht so ziemlich alles eigentlich für die Heimannschaft. Und wir finden, dass die Quote von über zwei zu hoch ist, um nicht einen Einsatz darauf abzugeben. Wir wollen jetzt mal ein kleines Plädoyer starten für Strasbourg, dass sie in der Saison wirklich richtig gut sind und eben nicht umsonst auf Platz 6 aktuell stehen. Die Form sagt eigentlich schon alles. Strasbourg hat zuletzt zweimal gegen Bordeaux gewonnen und in der Liga auch im Pokal. Im Liga-Pokal sind sie durch den 3-2-Erfolg ins Finale eingezogen. Treffen dort auf Kikorsen, also sogar Favorit, können einen Titel gewinnen. Stimmung in der Mannschaft ist richtig gut. Zu Hause letzten drei Spiele gewonnen. Sie haben insgesamt acht der letzten zwölf Spiele zu Hause gewonnen. Also da zieht sich die Form wirklich auch schon lange hin. Das ist nicht so, dass die jetzt gerade mal kurz ein paar gute Spiele hat, sondern die sind wirklich konstant gut zu Hause. Im Gegensatz dazu, die Gäste auswärts eher nicht so gut. Neun Spiele in Folge jetzt nicht mehr gewonnen. Mal wieder ein Unentschieden, mal eine Niederlage. Aber alles in allem nicht so gut. Und sie werden vielleicht sogar ein bisschen überschätzt, weil die letzten vier Spiele haben sie jetzt zweimal gewonnen zu Hause. Zweimal 1-0. Vor allem gegen Nord, der 1-0-Sieg war sehr glücklich. Da hatten sie deutlich weniger Toraktionen. Haben dann irgendwie das Spiel knapp mit 1-0 gewonnen. Heißt, ja und dann war noch ein Sieg gegen die Schorderball, glaube ich. Der war in Ordnung. Aber insgesamt werden sie vielleicht sogar ein bisschen überschätzt. Und ja, auf keinen Fall zu vergleichen mit der guten Form von Strasbourg. In der Tabelle Strasbourg auf Platz 6. Noch mittendrin im Kampf um die Europa League. Oder vielleicht sogar Champions League. Wenn man mal schaut, wer vorhin entsteht. Das ist Montpellier zum Beispiel, Saint-Étienne oder sogar Lyon auf Platz 3. Die haben alle ein schlechteres Torverhältnis. Strasbourg hat, ich meine, bloß 13 Tore. Das heißt, das ist immer so ein bisschen ein Indiz dafür. Die haben nicht irgendwie zu viele Punkte und irgendwie viel glücklich gewonnen. Nein, die sind wirklich zu Recht im oberen Tabellendrittel und sind auch wirklich richtig stark in der Saison. Und vielleicht sogar haben sie noch mehr Potenzial als der aktuelle 6. Platz. Also die Tabelle in unseren Augen ganz klar. Noch mehr ein Grund, hier auf die Heimannschaft zu setzen. Dann, was haben wir noch im Angebot? Das Personal. Bei beiden Teams fehlt so der eine oder andere Spieler. Aber im Prinzip nichts Neues zu den letzten Wochen. Die meisten Akteure fallen schon länger aus. Also es gibt jetzt keine entscheidenden Personalien, wo wir sagen, okay, deshalb muss man eher Abstand nehmen bei dem Tipp. Oder muss man eher aufpassen. Sondern die Mannschaften werden so ähnlich auflaufen wie zuletzt. Und deshalb kann man auch die letzten Spiele ganz gut so als Vergleich hernehmen. Wie haben sie da gespielt? Wie werden sie diesmal spielen? Also Personal soweit in Ordnung. Die Motivation zuletzt noch ein Punkt, der auch noch mehr hier für die Gastgeber spricht. Strasburg haben wir schon gesagt. Platz 6. Da geht es noch um die Europa League. Die können in der Saison einiges erreichen. Die sind gerade wirklich mittendrin. Heißt, die Mannschaft ist voll da. Bei den Gästen angeht, die stehen so im Mittelfeld. Ja, irgendwie so im Niemandsland. Das ist okay. Im Abstiegskampf haben sie nichts zu tun. Die unteren Teams sind auch zu schwach. Nach oben geht auch nichts mehr. Sie können mehr oder weniger die Saison so langsam ausklingen lassen. Natürlich werden sie jetzt nicht jedes Spiel abschränken. Aber es ist vielleicht trotzdem fehlt so der letzte Biss zu sagen, wir wollen jetzt unbedingt auswärts nach neuen Spielen ohne Niederlage, ohne Sieg. Wollen wir endlich mal wieder gewinnen. So der letzte Biss ist vielleicht nicht da, weil eigentlich ist es eben nicht unbedingt nötig. Also es ist nicht so, dass sie jetzt unbedingt in der Bringschuld sind und unbedingt den Dreier holen müssen. Also es spricht irgendwie dann schon alles für Strasburg. Normalerweise, wenn so alles offensichtlich ist, hat das Ganze irgendwo einen Haken. In dem Fall finden wir nicht. Einfach aus dem einfachen Grund, auch in den letzten Spielen war Strasburg in unseren Augen jeweils unterschätzt und sie haben jeweils das Spiel auch gewonnen. Also es war nicht so, dass es einmalig war, dass sie irgendwie da mal Glück hatten oder so, sondern die werden irgendwie konstant ein bisschen unterschätzt und sind einfach in der Saison eine der besten Mannschaften in Frankreich. Das würden wir einfach mal genauso stehen lassen. Deshalb der Tipp zu Hause, Quote über zwei, muss man fast zuschlagen. Einsatz wie immer. Und ja, ist einer unserer vielen guten Tipps an diesem Wochenende in Frankreich. Wir wünschen euch dabei viel Erfolg.